hallo und euch hier mit herzlich willkommen zur dritten folge von youtubers live hier auf meinem kanal wir haben hier gerade also das video davor war gerade super perfekt 100 aufrufe likes das hat schon 70 werden da vielleicht noch mehr da haben wir gleich noch eins davon aus aufnahme starten counter street 2 gameplay so dass das war hier nehmen wir nehmen eindeutig mvp ist das allerbeste haben wir schon sieben ist gefunden das passt das perfekt auch wenn es kritische sauber es interessiert ja keine hauptsache die zeichen passen es gibt minus musik art das gleicht sich ja aus durch das da ja genau trauriger abschied tschüss leute es ist so traurig okay habe das so das hier das das und wo schiebt man das ein hier hier ja okay braun orange rennen akzeptieren ja es ist noch ganz gut hochladen dir ist langweilig und du weißt dich was du treiben sollst schokolade ist super die totenmüde ich nur ein spiel gespielt aber hier dann lernen gleich noch mal lernen dass im schnell durchlauf hop 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 müssen lernen gehen sonst gibt es 17.000 auf das ist auch verdammt gut 2000 abonnenten plus 200 likes was die videos gehen ja alle total bananas vielleicht haben wir neue zahlen punkte wir haben locker welche bei so vielen videos der will die wir gemacht haben ja talent punkt habe ich doch gesagt ich will es nicht mal wundern wenn wir zwei haben die wir haben neu wir nehmen sprach gewandt ihr so kommen nach hause nach zweimal lernen gehen wir noch mal arbeiten da quatsch mal lieber mit dem typi hier das gute videos macht könntest du mich für mich entspürt auf dem gameplay ganz ehrlich ich kann das geld gut gebrochen aber ich werde das ganze abbrechen da game world steht vor der tür ach so ich dachte schon das netzwerk da wenn ich so viel geld bekommen da wird das bestimmten haben kann sein jetzt ganz schnell dass ich einfach kommentare moderieren können ist noch irgendwas bei game world zu machen ich glaube nicht oder machen wir ja wir machen den video hier auswählen ballern wir hier noch ins rein machen wir das richtig nachtreten machen wir auch wenn es dann schon das vierte ist als erst wir machen noch ein drittes gameplay das geht aufnahmen starten da müssen wir uns müssen langsamer daran denken oder überlegen uns neues equip zu kaufen ich glaube nämlich das ist echt wichtig so zeit bevor du das spiel starten sind wir mal wieder mvp damit wir das voll haben jetzt wirklich kommt dass ich nicht grün nehme außer wenn seit irgendwo dabei ist nämlich ein küschen weil es passt komplett gibt uns drei dafür und zwei da so jetzt nehmen wir wieder das hier weil das gleicht sich aus und macht das orangene voll jetzt schade wir haben nur den traurigen abschied sonst hätte ich hier noch probiert was zu nehmen so nehmen wir das die beiden passen halt perfekt aneinander machen wir es so auch wenn hier jetzt der schluss in der mitte ist halt das ist jetzt mal egal so rennen dann akzeptieren okay es geht nicht mehr um so viel hoch weil wir es halt schon nein nicht verwerfen ich würde es gerade verwerfen weil wir es so oft gemacht haben jetzt suchen wir uns mal neue karten aus okay ein auto und so ah wir nehmen auf jeden fall das auto äh nehmen wir emotional lustiger kommentar boah was enttäuschung falls das jetzt öfters kommt dass ich so viel wählen muss dann wäre ich das ganz wenn ich gesagt werde ich das ganze skippen lustige begrüßung enttäuschung so ok jetzt können wir karten auswählen intro haben wir zwei stelle ich hätte hier genau okay es hat es automatisch schon gemacht ich dachte wir müssen das auswählen aber gut jetzt haben wir ein paar vor allem zum schluss und für den einfach mal mehr auswahl schlafen essen lernt so alles wie immer space studios hat ihre beste zeiten hinter sich und wird demnächst vom markt genommen ok das ist toll soll ich mir jetzt noch kaufen damit dann keine spieler mehr kommen jetzt total gar nichts mehr bringen ja wir gehen so wie ich bin ach so stil keine formale leidung leidung lässig und wie soll er gehen steht das irgendwo er ist eigentlich noch komisch komplett rot zum event gehen ok los geht's pfuch mal gucken wie das event wird ob wir da irgendwo was abstauben können ok guten abend willst du einige exklusive produkte bekommen erreiche bei einem deiner spiele eine punktzahl von 1000 spielen ok ok das heißt wir haben eine challenge gut genug geredet mit jada lande sicher wie lande ich ich verstehe noch nicht wie ich lande ok 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 jetzt verstehe ich jetzt verstehe ich es war noch keine tausend punkte ich habe doch gedrückt war ist das doof ok hier werde ich auf jeden fall nicht die tausend punkte schaffen das ist gar nicht für mich ich weiß warum ich youtubers live spiele und nicht sowas gibt es noch andere spiele ich glaube wenn das hier das ist nee das ist das ich dachte es gibt zwei Seiten muss ich wirklich so ganz langsam landen eh ganz ehrlich entweder mache ich hier was falsch ich glaube ich mache was falsch muss ich auf den da landen ah jetzt verstehe ich es ok ich habe es verstanden wenigstens kann ich das hier spielen nein ok ich muss das hier spielen oh es geht ja gar nicht das ist ja mega sch ok 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 das dürfte ich schaffen ich habe meine tausend points was macht das ach so das gibt mehr leben das schaffe ich 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 oder bin ich zuversichtlich ja ich habe die tausend punkte ich habe die tausend es gibt exklusive spiele super aber gibt es jetzt dreifach ne sehr doof ok ich dachte schon es gibt nur ein spiel das wäre echt doof gewesen weil das eine kann ich gar nicht ok wir probieren die zeit komplett durchzuhalten ohne leben zu verlieren aber ich habe den leben verloren sehr doof ey ist das ok jetzt wird es schwer weil die jetzt so ganz viele verfolgungsdinge abschließen ok ich ja ich habe es geschafft ich habe es geschafft geil super du hast mich überzeugt bitteschön saga game year das macht dann 50 ok nehmen wir ok ist das das spiel was bald rauskommt wo rede ich mit der so viel ist das nicht ich wollte mit der nur reden was soll ich gleich für auswand das ja mit der mit der ich hergekommen bin boah verziehlich ich dachte das ist die mit der ich hergekommen bin das macht mich traurig nein kann ich jetzt noch irgendwas machen um berühmt zu werden ah ich habe eine idee vlog aufnehmen äh wir nehmen hier eine lustige begrüßung das passt hier dann äh das auch wenn wir davon gar nicht viel brauchen eher von oh ok das war es komplett wir müssen das ja nehmen weil wir davon so viel brauchen und davon auch das geht ja mal gar nicht wir nehmen emotional wir brauchen das so dringend ok orange unbedingt ich habe es fast ah man ist das teuer ok das werde ich dann zu hause bearbeiten vier ansehen ist die berühmt level 1 vier ansehen vielleicht gaming kennedy vielleicht finde ich die ja auf youtube wo war das was hier wie ist die kennedy oder so weil vielleicht finde ich ja irgendjemand der berühmt ist hier kennedy ok 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 aber ausgebreden kommen wir quatschen bisschen mit der hohe reden wir reden ein bisschen fremder und wissen wir sind freunde und das ist schön über kurse reden ja kurse muss man dann irgendwann machen also möchte ich mit der also nicht über kochen reden das macht die wütend ich weiß schon alles da brauche ich keinen kurs mehr ich werde der beste youtube allerzeit es tut mir leid das wäre ich schon das kannst du nicht ok die hat es sehr gefreut mit mir zu reden vielleicht noch weiter quatschen oder will die mich jetzt loswerden ich muss mit der bekanntschaft schaffen weil weil dann kann ich mit der ah über rum vielleicht nicht rein na egal ok dann kann ich mit der aufnehmen und wenn ich mit einer berühmten youtuberin aufnehme gibt es viele aufrufe ok ich habe ja ein spiel das noch niemand hat denke ich mal gucken wir mal spiel auswählen mist 15. februar konsole kaufen bitte lass die nicht zu teuer sein die wird aber sauteuer sein welche ist es denn die sind alle zu teuer außer wenn es die honey playstation ist ich weiß doch gar nicht welche es ist game hier welche saga games konsole saga games mal gucken welche das ist eh hallo steht hier irgendwo saga games ich verstehe nicht welche konsole ich dazu brauche ist die hier ich will jetzt einfach mal die kaufen und hoffen dass die richtige ist wenn ich bin ich am arsch und ich wollte dich fragen ob du mein mitbewohner werden willst die wohnung hat ein viel größeres zimmer das viel besser zu deinen aufgaben passt du musst zwei monate im voraus zahlen um die wohnung mieten zu können das sind 160 pack deine sachen sobald du das geld hast zusammen ok ok wo mach ich das wo sich meine wohnung und was die wohnung hat weil ich will wissen was die wohnung hat ganz ehrlich jetzt muss ich erstmal ordentlich geld verdienen ich hoffe es ist die richtige konsole bitte 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 nein es ist die falsche saga games stehen da game hier konsole kaufen hä ich verstehe nicht welche davon saga games sein soll ich will hier wieder verkaufen es wird dafür keine spiele geil ich mache ein neues video jetzt habe ich so ein spiel kann damit nichts anfangen ne ich tue erstmal das fortfahren da habe ich dann eins ja ja ist ok mono von so einer berühmten veranstaltung ein flop das ist doch die wird doch durch die decke gehen hoffe ich das muss ja gar nicht schnell machen das ist ja schon aufgenommen es passt alles so perfekt habe ich das einfach hinten dran ok rendern akzeptieren so 3 sind nur 20 was was habe ich denn falsch gemacht hochladen ich bin dein dankbar darf ich mir von dir ein paar spiel ausleihen verleihen empire planet 2 oh nein gib mir das spiel nicht zurück ich will das spiel spielen es kommt am 15 februar ist es rausgekommen es kommt in drei tagen raus und ich habe das ganze schon ach das ist doof das ist echt doof ok gehe ich lernen ich arbeite vielleicht kann ich ja genug geld verdienen ne welche vielleicht ich google jetzt ganz ehrlich ich google ich hoffe das spiel läuft weiter bei euch nicht weil ich auf meinem zweitbildschirm bin so fortsetzen hallo ich will nur kurz was googeln danach gehe ich gleich nochmal arbeiten geht auch nicht ah ich glaube ich bin nicht ausgeschlafen genug so wir gucken erstmal kurz welche das ist die ich hier habe spiel auswählen ok ich bin jetzt im internet youtube youtube live kurz ich muss noch mal gucken wie die heißt äh game year game ja konsole so welche konsole brauche ich für game hier help with game ich hoffe es steht hier nirgends wo egal wir spielen jetzt einfach weiter und ich hoffe einfach dass ich die richtige konsole mir jetzt kaufe spiel auswählen spiel auswählen ich habe 107 ich kann mir jetzt glaube ich jetzt alle kaufen konsole kaufen ist das video auch geladen ist ok dann schlafen dann arbeiten da ich jetzt vielleicht wieder aber ich habe nicht genug ausdauer weil ich dann wieder wahrscheinlich sinnlos geld zum fenster raus werfe was nicht gerade praktisch ist deswegen arbeiten 35 danach gehen wir lernen so haben wir erstmal ordentlich was vor uh 2 negative von 5 kommentare moderieren so neigt sich dem ende zu Halle stopp die herstellung toll hätte ich vielleicht mit dem verkaufen warten müssen bis die wertvoller ist das wäre es vielleicht gewesen vielleicht hätte ich die ja für mehr geld verkaufen können nee bitte nie sag mir dass das nie wahr ist oh heute kommt auch das spiel raus ich könnte immer noch dieses preview machen und vielleicht wird das aber ganz gut ankommen 12.000 aufrufe schon hunderttausend auf ich dachte ich glaube es ja nicht da kriege ich ein spiel im voraus auf äh bekomme ich ein spiel im voraus und dann weiß ich niemand zu welcher markt das gehört wo gehörten das dazu ich habe auch für keine genug geld okay dann werden wir das ganze einfach lassen vielleicht kann ich ja ich hätte das spiel vielleicht verkaufen sollen bevor es raus ist okay so wir haben heute ordentlich verdient 140 haben wir hunderttausend aufrufe gemacht der flock der kriegt auch ordentlich daumen nach oben würde ich auch schon sagen das war es mit der folge schaut gern bei anderen folgen vorbei lasst ein abo und like da und haut rein ciao ciao ciao